Und da kommt er, unser Hannes. Hannes, guten Morgen, schau ich dir. Der Wilderste unter der Sonne Fürstenfeld, heute nicht. So, Nachrichten, alles Gute zum Geburtstag. Alles okay, super, super, super. Cooles Gefühl, wenn er hinten ein bisschen rutscht. Ah, fuck. Ja, ohne Bote. Oh, ohne Bote! Das ist ein super Anstieg, wartet da auf uns. Das ist Gesundheit mit Genuss, Leute. Wirklich. Wirklich. Ja, und auch das muss sein, das ist Abhärtung im Schnee. Aber geht natürlich nur mit unserem Dirt-Shoot, Dirt-Lay. Schaut euch das bitte an, Leute. Und jetzt machen wir kurz eine Pause. Das filme ich nicht. Der kleine Wolf geht schnell ludeln. Das ist eh Mountainbiken im Winter bei uns im Thermenland. Und das ist ja wirklich das Größte, was es überhaupt gibt, Leute. Das Größte, was es gibt. Ja, ich weiß. Jetzt werden sie wieder mal wieder denken, was seid ihr für Drettl? Ja. Ja. Super. Super Tour heute im Thermenland. Wir sind eigentlich wieder mal im Winter Wonderland. Gell Hannes? Yes. Winter Wonderland. Das ist ein Wahnsinn, was mir nicht charged wurden zu. Vor 30 Jahren ist es alles egal. Heute darf ich fast nichts mehr tun. Unglaublich. Wo sind wir gelandet? Und wo geht die Reise hin? Jetzt einmal Richtung Tierjagel. Ich habe mir so gewünscht, heuer, also vorher schon, dass ich heuer auch mal in den Schnee fahren darf, weil die Tour, was wir gemacht haben damals, war ja auch für mich der Seibert und es ist heute wieder das Halliband. Schaut euch das bitte an, bitte! Alles vor unserer Haustür. Das ist doch nur ein Knota, oder? Alles vor unserer Haustür. Das glaubt ihr kann. Eine wunderschöne Tour neigt sich dem Ende zu. Wir haben es bald wieder geschafft. Wir waren heute im Winter wunderbar unterwegs. Super Stimmung. Super zum Fahren. Einfach top, top das Ganze. Das ist einfach unglaublich jetzt. So, wir dauern jetzt schön langsam auf mit dieser Tour. Wir dauern auf. Ah, ist das schön. So lange dürfen wir uns da rein aufhalten, weil ihr wisst, das war auch schon was. Zum Gefühl dürfen wir gar nicht aufdaumen. Auf der Reihe und alles Gute zum Geburtstag, gell? Danke schön. Alles Gute. Danke für die Verpflegung. Ein wunderschöner Abschluss der heutigen Tour, die ich mit dem lieben Hannes fahren durfte. Bei einem schönen Single Mall aus Campbelltown, Grandskosher, zwölf Jahre. Wir genießen es, denn wir betreiben Sport mit Genuss und wir wissen, wann Schluss sein sollte. Schönen Sonntag, meine Lieben. Prost. Schönen Sonntag. Bis bald mal wieder. Wenn, die Sie ahnen, denn die von mir vorst du hier zum Glück haben. Wir müssen diese Uhr Fernverflegungen auf mal wiederholen, Wenn, dann wenn wir die Kirche nicht vornehmen.